Ich knüpfe gleich an Venona LaDuke an. Sie hat 1977, war eine große Konferenz bei der UNO in Genf und am Ende dieser Woche sagte sie zu mir, if you continue to write about us, und da meinte sie us, Indian people, you should focus on uranium. Und das war es, weil ich oft gefragt habe, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Das war dieser eine Satz. Und in der Zusammenarbeit mit Ureinwohnern bei der UNO hat sich dann nacheinander das Bild ergeben, dass das meiste Uran auf der Welt, auf dem Land indigener Völker abgebaut wird. Aber ich gehe nochmal zurück nach Nordamerika, nicht weil ich mich dort jetzt gut auskenne, sondern weil die Geschichte der Atombombe ist eine indianische Geschichte. Das zeichnet sich auch gewissermaßen darin aus, dass als die erste erfolgreiche Kettenreaktion in Chicago von Enrico Fermi durchgeführt wurde, war ausgemacht worden, Wenn es klappt, soll die Botschaft nach Harvard lauten, also der italienische Steuermann ist in der neuen Welt gelandet. Und dann wird Harvard fragen, und wie verhielten sich die Ureinwohner? Und wenn es geklappt hat, wird die Antwort sein, very friendly. Ich gehe jetzt ein paar hundert Jahre zurück, lange bevor Columbus gelandet ist. Diese Landung ist ja in den USA immer so, es gab nicht, bevor Columbus gelandet ist. Und darum betone ich das so. Ein Trupp von Jägern ist am großen Bärensee unterwegs gewesen und die Heimfahrt ins Dorf hat sich etwas verzögert und sie haben ihr Lager an einem Felsen aufgeschlagen. Und zu dem Jägertrupp gehörte ein Medizinmann und er bat, man möge ihm ein Zelt errichten. Und es ging dabei nicht um ein gewöhnliches Zelt, sondern um ein Shaking Tent. Der brauchte das Shaking Tent, ist lang verboten gewesen von den Missionaren und lebt jetzt mittlerweile wieder auf. Das Shaking Tent ist ein niederes Zelt, in dem sitzt der Schamane, der Medizinmann und bringt dieses Zelt zum Beben. Er singt dabei und trommelt und hat Visionen, sein Geist reißt. So geschah es, sie haben das Zelt errichtet und der Medizinmann hat die ganze Nacht gesungen und getrommelt und keiner hat ein Auge zugetan. Und am Morgen haben alle gewartet, ja am Morgen hat er aufgehört. Wie kommt es, also die ganze Nacht, ich meine kurze Zeit, aber die ganze Nacht. Alle haben gewartet, was wird er sagen. Ja, also dort, wo sie lagern, hat er gesagt, wurde die Erde aufgelassen. Und es wurde was rausgeholt, das er nicht benennen konnte. Und dann wusste er, er wird nur Antworten kriegen, wenn er weiter singt. Dann wurde das rausgeholt und auf eiserne Vögel, es sah aus wie Zigarren, wie etwas Gerolltes. Zigarren ist natürlich jetzt später von den Leuten, wenn Sie es erzählen, hinzugefügt worden. Zigarren kannten sie da noch nicht. Kurzum, das wurde auf eiserne Vögel gebracht. Und diese eisernen Vögel flogen auf die andere Seite der Welt und wurden dort abgeworfen. Und alle, die getroffen wurden, starben und sahen alle aus wie Indianer, waren aber keine Indianer. Und seine Warnung jetzt war, an diesem Ort soll nie wieder ein Lager aufgeschlagen werden. Und jeder, der dort des Wegs kommt, solle eine Opfergabe hinterlassen. Und das soll jeder Generation mitgeteilt werden. Und ein junger Mann namens George Blondin hat diese Geschichte gehört von seinem Vater, als sie unterwegs waren, zu zweit. Und der Vater hat etwas Tabak da an den Felsen niedergelegt, Gebet gesprochen. Und George Blondin war beim World Uranium Hearing und hat erzählt, die Warnung wurde nicht ernst genommen und das Dorf, aus dem er kommt, heißt das Dorf der Witwen, weil alle Männer gestorben sind. Denn genau an dieser Lagerstätte wurde die erste Uranmine Nordamerikas eröffnet. Die Echo Bay Uranium Mine. Und die Männer damals, viele haben eben dann das Jagen sein lassen, haben in der Uranmine gearbeitet, haben das uranhaltige Gestein auf den Schultern, in Säcken, aufs Schiff gebracht. Und dann wurde es in die Uranmühle geschickt. Und wenn die Säcke zerschlissen waren, haben die Frauen daraus Zeltleinwand gemacht. Ja, und dann ging das Uran nach Los Alamos. Das Manhattan Project begann in Manhattan. Und dann suchte man einen verborgenen Platz, das war Los Alamos. Weil Robert Oppenheimer, Los Alamos ist ungefähr hier. Und Robert Oppenheimer, der das Manhattan Project geleitet hat, war da als Kind zur Kur gewesen. Und dort wurde dann die erste Bombe gebaut. Und es kam auch noch Uran aus Belgisch-Kongo und aus Portugal. Und interessant ist immer, je nachdem, welche Publikation man aufschlägt, kam alles aus Portugal oder alles aus Belgisch-Kongo oder alles aus Kanada. Aber es waren diese drei Plätze. Und hauptsächlich Kanada, weil es natürlich leichter zu transportieren wurde. Und Los Alamos liegt auf dem Land San Carlos und San Ildefonso Pueblos. Und die erste Bombe wurde auf dem Land der Apachen getestet. Die weiteren Bomben dann auf dem Land der Navajo bei den Western Shoshone. Also Uran eben als indianische Geschichte. Und dann die ersten Funde in den USA waren im Land der Dene, wie sich die Navajos selbst nennen. Die Arbeiter hatten natürlich nichts erfahren darüber, dass sie zum Beispiel keine Schutzmaßnahmen haben. Sie haben hart gearbeitet, haben tief eingeatmet, haben diesen uranhaltigen Staub-Alpha-Strahler in die Lunge bekommen. Kamen dann heim, haben in den Hogans, die sechseckelten Wohnstätten, der Navajo, haben sie ihre Kleidung ausgeschüttelt und haben ihre Familie mit verseucht. Und keiner wusste, und ich kann auch sagen, dass unsere Welt der Aktivisten auch bis vor kurzem nicht so genau darüber informiert war, dass wenn Uran abgebaut wird, dann bleibt eigentlich das Gefährliche zurück. Das Uran wird mitgenommen und die ganzen Zerfallsprodukte von Uran bleiben da, weil man die ja nicht will. Und wir haben hier auf Seite 11 des Atlases, haben wir eine Grafik, aus der hervorgeht, was richten diese Verzerfallsprodukte an. Der Körper zum Beispiel unterscheidet nicht zwischen Eisen und Thorium. Und von Thorium haben wir eigentlich erst gehört, Horst und ich haben viel gelernt bei der Arbeit auch, Thorium tauchte einfach nicht auf. Und diese Grafik existiert erst seit sechs Monaten. Also auch, wir hatten da Glück in der Atlas-Arbeit, dass gewisse Prozesse laufen parallel und plötzlich kommt uns diese Grafik entgegen und ist von unseren Mitaktivisten in den USA erstellt worden. Der Blick auf andere Kontinente ist nicht viel anders. Während es in den USA jetzt Verträge mit den Indianern gibt, mit den Uranern, ist es in Australien so, dass bis 1960 ganz Australien sozusagen in weißer Hand war und erst da in den 60er Jahren die Aboriginal begonnen haben, jetzt Landforderungen zu stellen. Das heißt, jede Uranmine in Australien ist auf Aboriginal-Land und manche liegt eben dann auf dem zurückgewonnenen Land oder noch außerhalb. Und der letzte Erfolg aus der Aboriginal-Welt ist ein Mann, der Jeffrey Lee, der erreicht hat, dass sein Land das Reich an Uran ist, hat die UNESCO dem Kakadu National Park angegliedert, ein Weltnaturerbe. Was inzwischen auch bekannt geworden ist, das ist links zu sehen, oben ist die Subarktik, die kanadische Subarktik, ist in grün gehalten, einfach damit man sich darüber im Klaren ist. Wir haben es hier mit einer Landschaft zu tun, in der jetzt eine radioaktive Versorgung keine Grenzen kennt. Es sind viele Wasserwege und keine natürlichen Barrieren und die Menschen leben dort von der Jagd. Die Jagd ist immer noch für viele eine Subsistenzwirtschaft und dementsprechend gefährlich ist es. Und ich habe ja schon erwähnt, viele drei Dörfer heißen Dörfer der Witwen und diese Witwen sind auch in einer kleinen Delegation nach Hiroshima und Nagasaki, um sich zu entschuldigen, dass ihre Männer beteiligt waren am Bau der Bomben. Eine indianische Weise des Heilens. Es geht hier nicht darum, wer schuldig ist, sondern es geht darum, die Ursachen zu verknüpfen, um zu einer neuen Ebene zu gelangen, zu einem neuen Anfang. Und hier unten sehen wir, das ist auch erst jetzt in den letzten Jahren bekannt geworden, während des Kalten Krieges war ein wahnsinniger Uranboom, und man schätzt, dass heute ungefähr 15.000 verlassene Minen im Westen sind. Verlassene Minen heißt, man hat gesucht und dann hat es gereicht oder es war doch nicht so ergiebig und dann wurde das so belassen. Das heißt, das sind jetzt Gruben, die unter Umständen gar nicht gekennzeichnet sind und wo Wanderer dann Hiker reinfallen und die natürlich auch immer noch strahlen. Und offiziell sind es 4.225, glaube ich. Auch erst jetzt in den letzten fünf Jahren hat die Umweltbehörde der USA begonnen, eine Inventur zu machen, aber die Schätzungen sind ungefähr 15.000. Ich höre jetzt hier auf, denn ich nehme nur Zeit von unserem Ehrengast weg und sage Danke. Danke. Applaus Applaus Applaus